Er wurde dann ganz hektisch, die Hebamme, alle wurden ganz hektisch. Dann habe ich nur noch gespürt, dass ich im Arm einen Stich bekommen habe und dann war ich plötzlich unter der Decke und habe alles von oben beobachtet. Plötzlich ging über mir die Decke aus und ich wurde da hochgezogen. Ja, es war wie ein Tunnel hochgezogen worden und es war sehr angenehm, es hat mir gut gefallen. Und plötzlich komme ich da oben raus und sehe da wunderbares Farben, ein Licht. Und da sind Wesen hin und her und Blumen waren da und ein wunderbarer Duft, es war wunderschön dort. Und dann höre ich von rechts halt und dann schaue ich da hin und dann sehe ich meine Großmutter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017